hallo und recht herzlich willkommen zum spiel erster fsr mainz gegen laicester city wir spielen mal wieder mit mainz 05 ich glaube folge 2 war es vor langer langer zeit und es geht genauso weiter holz läuft an der wurde heiß habe ich holz gesagt vor die fragen kommen oh gott oh gott wer das getimt die gritsch oder war die glücklich getimt nicht gut getimt karius karius halleluja doch na ich hasse diese eckball varianten weil ich so schlecht bin 1 gegen 1 verteidigen euch gegen freistoß das ist aber freundlich vom spiel net 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 pavel netlet gab es da auch mal oder wie bentosturin tscheche nein Nein! Weil ich den dahingestellt hatte. Oder? Och, das ist ärgerlich. Verdammt. Trinkwasser hat getroffen. Wenn die Leute wirklich so heiß sind, tut mir das echt leid. Och, verdammt. Oha. Ähm. Ähm. Ach, verdammt. Ich wollte einfach mal schießen. Vielleicht klappt es ja nochmal mit Okazaki einfach drauf zu knallen, aber... Hätte ja funktionieren können. Okay. Der war viel zu weit. Viel zu optimistisch. Och, verdammt. Oh, verdammt. Oh Gott. Nein. Mann. Das wollte ich doch gar nicht so. Menjo. Och. Passen. Nicht laufen. Das ist das, was ich immer bemängel. Man drückt sofort irgendeine Taste, aber die reagiert einfach nie. Und wenn man viel in den Situationen macht, dann... Hau sie bald nicht raus, sondern krätschen. Da hat er auch wieder nicht gepasst. So. Ey. Der liegt da schon am Boden. So. Ah. 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 Ich bin zu ruhig. Ich bin zu ruhig. Ich bin zu viel. Zu ruhig. Diese Scheiße. Mach mich. Körre. Den hättest fangen können. Ne. Hähn. Ich glaube, kein Fußballer würde so in den Zweikampf da gehen wie Okazaki. Da das Gehirn einer Erschütterung vorprogrammiert, wie der ja gerade in dem Ball ist. Es funktioniert immer noch. Einfach Okazaki schicken funktioniert. Ah. Hoch. Hochschicken. Hochschicken. Nicht flach. Ach. Ach. Schade. Hätte beinahe schon wieder funktioniert. Nein. Ach. Schade. Hätte ich beinahe ein schönes Abstauber-Tor machen können. Ach. weil er eine Sekunde unaufmerksamke war das ist oh schön gerettet oh Gott Ah, ich hätte rennen müssen es macht gar keinen Spaß zu kombinieren es macht einfach viel mehr Spaß den zu schicken dann funktioniert das schon von alleine es macht viel zu viel Spaß gerade oh verdammt oh hast du vergessen deinen Kollegen zu rufen da steht doch keiner warum läuft der in die Mitte der eine ich hatte gehofft der läuft nach unten deswegen habe ich nach unten gedrückt hui lustige erste Halbzeit muss ich schon sagen sehr lustig ach ich habe sogar Anstoß ich habe gedacht ich hätte in der ersten Halbzeit Anstoß gehabt deswegen kam ich auch so gut oh 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 ähm so ah ja und zurück zum Absender oh verdammt ich hätte gedacht einmal das Kopfballduell gewinnen zu können aber das feierten das feierten mehr mehr das Spiel nicht ach es hat mal funktioniert den Ball hoch raus zu hauen so schnell wie er raus war ist er auch wieder hinten drin gewesen ach ach äh äh ach ich hätte nicht gedacht dass ich mit Soto so da durchkomme das hat mich überrascht aber ich will erstmal jemanden anders bringen für die rechte Seite netten Jonas Hoffmann der wechselt auch durch übrigens dass Clemens bei Mainz ist mittlerweile ah ah Mist nein was zur Hölle geht denn jetzt nein oh hallelujah hallelujah die Grätsche ist zum Glück gepasst ich hätte mich sonst tierisch aufgeregt weil der durch gewesen wäre ja so wie jetzt gerade warum kann er den Ball da runter nehmen Verteidiger bitte das ist doch nicht normal so einen Freistoß aus der Luft anzunehmen ohne Probleme und sich rumzudrehen Mann ich glaube den hat der gerade eingewechselt aaaaah das ist rot auf einer normalen Welt muss das rot sein das ist gelb ach normalerweise muss das so rot sein so wie ich da hinten rein gehe ich gehe nur in die Beine vom Gegenspieler aber wirklich alter ja danke es kann auch nicht immer nur gut gehen grätschen, 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 grätschen so und und aaaaah nein ach nein Gott sei dank ist der gekommen ok das hört sich verkehrt an angekommen um mir zu verhelfen ich drücke x und nach vorne nicht nach vorne gehen und dann ach ah man no man no ich hätte eigentlich gedacht dass ich da vor den komme in der Situation aber nein So, das ist meiner. Ne, das ist seiner. Oh Gott. Dass der ja mal mit der Hacke durchging, überrascht mich. Nein! Verdammt. Ach, Mann. Jetzt steht es 3-2. Gott sei Dank nicht. Komm. Nein! Das gibt es nicht. Das gibt es nicht. Das gibt es nicht. Verdammt. Das wäre die Chance gewesen. Ach, ein Abseits. Verdammt. Komm, 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 komm. Eine Chance noch, eine Chance noch, eine Chance noch. Ich hatte eigentlich X gedrückt, aber auch mal wieder egal. Aber anscheinend, wenn sobald Gegnerkontakt besteht, sind die Befehle hinfällig, die man eingibt. Und toll, danke. Noch extrems Glück, dass er da die Unterkarte nur trifft. Boah, alter. What the fuck für ein Spiel. Wow. Mann, dass er da das Grätsche noch reinsetzen konnte. Das ärgert mich. Ich hätte eine Sekunde früher schießen müssen. Oder nach unten laufen müssen. Verdammt. Und er hatte auch noch Glück, dass er das Ding unter die Unterlatte gesetzt hat und nicht. Halleluja. Das wird nichts mit Liga Verbleib. Zwei Spiele gewinnen. Oder zwei Unentschieden und ein Sieg. Die sind in dem Leben drin. Ich glaube nicht mehr dran, dass wird der Abstieg. Boah. Aber das war es mit dieser Folge FIFA 15 Online. Also ich hoffe, es hat euch gefallen. Sie war ja extrem spannend. Oh Gott, das war ja... Ich bin falsch geklickt. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao.